Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Diese Ritterburg-Kugelbahn, haben Sie den Toy-Award dieses Jahr bekommen? Ja, da waren wir auch... Herzlichen Glückwunsch! Vielen, vielen Dank! Da waren wir auch wirklich sehr froh drüber, weil das so eine Honorierung der dreijährigen Entwicklungszeit ist. Es gibt ja sehr viele klassische Kugelbahnen und das Besondere an dieser Kugelbahn Ritterburg ist, dass sie also auch wirklich modular einsetzbar ist. Also man kann unterschiedliche Bahnen bauen, man kann sie über Eck bauen, man kann sie lang bauen. Man kann auch unterschiedliche Schrägen bauen. Das heißt, die kommt in Einzelteilen zu mir und ich stecke die zusammen? Genau, das sind 79 Einzelteile in einem Kasten und insofern fordert es bei den Kindern nicht nur das Rollen, sondern eben auch die motorischen Fähigkeiten und auch die Fantasie. Und das ist auch etwas, was die Jury sehr positiv angemerkt hat. Wer ist denn Ihre Zielgruppe? Also die müssen ja schon ein bisschen älter sein, die Kinder, oder? Ja, die Kinder sind also zwischen drei und sechs und da fangen sie auch an zu bauen. Manchmal nicht so, wie immer die Bauanleitungen hergeben, aber das ist ja das Besondere. Kinder sollen ja eigentlich spielend lernen und das ist eigentlich das, was diese Ritterburg auch erlaubt. Und Ihre Bahn kann ich so bauen, wie ich möchte, wie es mir gerade einfällt. Sie können sie bauen, wie Sie wollen und Sie können dann selber ausprobieren, als Kind funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das ist eben auch so ein Lerneffekt. Super, spannende Sache. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.